Herzlich Willkommen Leute, heute gibt es die Vogelsteckbatterie von Blackbox Fireworks, eine echt kleine 16 Schuss Salute Batterie. Bevor wir uns die Daten noch genauer anschauen, schauen wir uns die Batterie kurz selber an, eine echt kleine Batterie hier für die Hand. Hat 6 Euro gekostet, also ganz ok, würde mich mal interessieren, was die davon gekostet hat. Wenn nicht so schnell ab, 7 Euro ok, 1 Euro billiger. 15 mm Kaliber, 20 Sekunden Effektdauer und ja natürlich Saluteschläge. NM beträgt ca. 42 Gramm bloß und pro Gewicht ca. 246 Gramm. Viel Spaß dabei! Vogelschreckbatterie, Blackbox Fertigesteckkote Geistern Platform Hey, 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 hey! Hey, hey, hey!